sag bloß die salamander sterben hier weg das kann jetzt auch nichts sein ach man es kommt da noch eine schläger truppe aus riesen auf mich zu gerannt schmeißen wir mal die jungfrauen jetzt im training rein die meisten haben zwar nicht mal das passende level aber auch gut was haben wir da hinten entdeckt und ich noch einen heldeneingang oder das ist doch jetzt ein witz warum haben wir hier noch einen heldeneingang ohne dass davon was gekommen ist schlacht in der arena ist vorbei und die riesen kommen werfen wen gleich mal was entgegen und holen uns ein paar neue imps ihr braucht einen kerker um gegner sicher zu verwahren ich will aber keinen kerker ich will dass riesen getötet werden und ich will nicht dass sie ständig sinnlos in den tod rennen ich habe schon wieder nur noch woher die salamander hin das gibt es doch nicht warum zum teufel habt ihr ihr seid level 6 warum habt ihr angst vor riesen riesen das war ich mir jetzt nehme ich das mit dem riesen selber in die hand das bedeutet ich da die arena zertippern geht sterben ihr seid fast tot warum sterbt ihr nicht einfach so so jetzt ist das in paar sekunden erledigt gewesen und ja ich kriege etwas verzweifelt ich weiß die götter gönnen euch einen troll super es ist zahltag du dieb gesterben ich habe nur noch neun imps jetzt müsste ich wenigstens wieder zwölf haben na gut rufen wir noch mehr nur weil meine imps sinnlos sind jetzt weiß ich wo meine imps sinnlos hinrennen du bist zwar nur level 5 aber das geht auch noch naja und ich mache ich muss hier natürlich alles selber machen nicht der große kiefer so mal kurz raus und heilen am besten hole ich mal alle salamander ja die werden gleich natürlich umgenutzt so habe ich wenigstens mehr auf das sie feiern können seid ihr noch da salamander nein die sind alle schon weg gerannt ich gehe mal kurz auf 7 und nehme ein paar von denen in meine gruppe auf so jetzt habe ich eine kleine salamander armee das dürfte dann besser laufen vorausgesetzt sie kommen an bevor ich den löffel abgebe so Seite 1 ist leer Seite 2 ist auch gleich leer und dann noch die Blitzfalle hier und dann haben wir wenigstens das hier frei dann können sie im star alles einnehmen und dann können wir horny noch ein stückchen leer bespüren so so alle mal wieder zurück ja dahinter liegt gleich der ort in dem wir müssen weil hier läuft der könig rum dann beschwören wir horny gleich da dann haut er sich durch die beiden türen und wir können uns um andere dinge kümmern und von da aus scheint nichts zu kommen das macht mich jetzt schon ein bisschen stutzig dass hier nichts passiert ich soll meine eisernen Jungfrauen hier mal ein bisschen aufräumen so dann rufen wir mal horny hier ich habe so viele Lebens die nichts zu tun haben warum muss er jetzt hier die Türen einschlagen warum muss er jetzt hier die Türen einschlagen am besten wir haben eine niedlerische Wache erobert Egal was Horny da macht, es ist ziemlich sinnlos. Das war ein Eben. Ne, wir mal zurückziehen. Super toll, Alter. Ist toll wie Horny hier irgendwo rumläuft, aber nur nicht dahin, wo er hin soll. Das war jetzt der falsche Eben, aber egal. Nein, du sollst da nichts mehr einnehmen. Meine Treue soll mir lieber eine Geheimtüre zimmern. Ihr habt einen gegnerischen Raum erhoben. Ein Teufler wurde unglücklich, weil er nichts zu essen hat. Du hier. Dich brauche ich, genau dich. So, von hier aus kann mich die Kanone nicht treffen. Aber das Blitzdingen, egal. Horny wäre mir ein bisschen Steuerfahrer auch. Lieber zum Beispiel, wenn ich ihn, ja. Horny wäre mir wirklich lieber, wenn man ihn steuern könnte. Ich glaube, das wäre dann overpowered. So. Du bist hungrig, dann gehen wir was essen. So. Ihr habt eine gegnerische Brücke erobert. Ich würde gerne sehen können, wo genau die... Wo genau die Geheimtüre jetzt ist, aber sehe ich ja leider nicht. Weh, die liegt noch in der Werkstatt. Nein, die scheint nicht mehr in der Werkstatt zu liegen, aber... ...was zur Hölle ist diese Türe? Ach da. Der Teufler wurde unglücklich, weil er keinen Platz zum Schlafen hat. Da sind noch zwei Kanonen, da sind Angstfallen. Ich bitte dich, Horny, latsch hier rein.